Hallo, WeezTV. Die nächste Folge von Outlast und ich hab mir grad die Pampers gewechselt, weil die so zugeschissen waren. Und ich keinen Bock auf das Spiel hab. Weil ich jetzt wieder ein Controller bin. Yeah. Okay, ich wollte... Kannst ja ja weitermachen. Ich wollte gerade erzählen, was War Raiders ist. Also das ist ein Versuch an lebenden Menschen gewesen. Und die gucken, wie die erstmal diese Nervenkrankheit halt wegkriegen können. Und zweitens haben die geguckt, mit welchen Organen du wie lange überlebst. Und nach einer Zeit ist das voll alles aus der Kontrolle geraten. Und die haben das voll auch Spaß gemacht. Auf der anderen Seite. Glückwunsch. Vielleicht gibt es kein Problem. override die desk. Oh! Oh, warum... Es geht, wow, die Fläche. auf so zu zucken so so Natürlich müssen wir da drüben. Schmerz! Ah, da noch ein Fertin! Sieh mir! Oh! Ah! 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 Der Schiff ist nicht mehr! Schieb das Ding weg! Das Ding weg, Schim! Ich bin der Schiff! Ich bin der Schiff! Wer ist der Schiff, der Schiff? Wer ist der Schiff? Schiff? Okay, es ist der Schiff! Geh dran! Geh dran! Geh dran! Geh dran! Allah! Was ist das? Das war's. You slippery little whore! Fuck! You can't hide! I want my money! I want my money! Quick! Get in the dumbwaiter if you want to live! You bitch! You bitch! You bitch! You bitch! Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? What is happening now? He's a witness or whatever. You must be exhausted. I don't know. I don't know. Why? The game has realized that I'm dead, but it's still in the middle sequence. Wait, we'll end it just a little. Yeah. Yeah. And... That's what he's talking about. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. You can see. Run! Dạ, 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 dạ... And this is done, right? Then I figure out it for free me. So, Leo can do a Let's Play first. Then, Leo can try more about Rust than once, guys. Ich hab das Pfeil aufhörst. Das ist der Fall. Du hast einen Schreck, aber ich bin. Das ist der Fall. Okay, du hast einen Rücksempfung. Oh, das ist der Fall. Das ist der Fall. Soll der Fall. Das ist die Fische oder wassache. Du hast du schon geholfen, dich. Let's take a break, buddy. You'll do a martini lunch? Have a little confab, blah, blah. I don't hear that. Look, a little car, you wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs. Hey! It's not necessary. Digger, gehen wir hier. See? Ich muss noch ein paar Minuten weg. Ja, ist auch okay. Den Nasen, du. Ja. Bleh. You know, I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a stroll? Go ahead, I'll eat here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? No? Nose to the ground, still not like that. Okay, then, right this way. Not cool. Okay? Okay. Achtung! Hrrrr... Das war so? Wir werden nicht verlieren... I don't thought... Shh! Grippling that tongue to any use, anyway. Fittily told, I was just tired of looking at my own stance. Here we are, then. Uh, thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. Then we'll just, in a second we'll wash up, and, uh... We'll go movies. Then it'll give us a chance to talk. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this... holier-than-thou Bible-thumping. Uh... No offense to the man, but I sometimes worry. He might just be a little bit... You must be a little nervous about him. You know what? I mean, some understand a lot. Many people get scared. They always like to turn to God or anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more conqueror than his law now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you... Bully. Oh! You paying attention? Don't pass that on me. There's no money for you to absorb. Bully snapped Peter. There. Better, right? There's no way, GQ. We made the consumer to the means of production. This thing... He's gonna sell it to us! I feel like I have a plane to sell it... ...so I'll sell it for you. I'm going to kill you... ...so I'll sell it for you... ...so I can still have to sell it for you... ...so I know it's not that much. There is a plane to sell it for me. so gut schon hat, nachgeführt. 2D 2D Insekten die Kopf haben 8 Uhr noch liegen noch in Sophia noch kann man durchkapschen mit der mit dem gebunden Finger schwörenden Infektionen holen und so n Schöte. 2D 2D 4D 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 5D 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 6D 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 7D 7D 6D 7D 7D 8D 7D 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 8D 8D 7D 8D 7D 7A 7D 8D 8D 7D 10D 10D Untertitelung des ZDF, 2020